Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Dino Crisis 2. So, neue Aufnahmesession, neues Glück. Leiden wir mal den Speicher schon vom letzten Mal. Und natürlich habe ich keine Ahnung mehr. Äh, 1.25, das ist der neueste. Wo wir gerade sind, was wir machen müssen und überhaupt. Ne? Aber wir kommen schon irgendwie zurecht. Bäh. Okay, der Flammenwerfer ist also nicht mal so schlecht. Aber ich möchte dich haben, Wellen. So. Mist, Tücher. Wo sind die hier, spät sich alle? Äh, ich glaube, wir haben die Karte das letzte Mal geholt. Den gehen wir jetzt mal wieder hinaus. Sauber weggekontert. So, und sind wieder im Forschungstrakt. Das ist der Grund, warum ich die Sonne nicht mag. Den kannst du sauschwer ausweichen. Grästliche, grästliche Mistviecher. Objektheilung. Nehmen wir mal. Mittleres darf schon sein. Bleib liegen. So. Hat doch zweimal getappelt, oder? Genau. Jetzt tappelt nix mehr. Ähm, kann ich das elektronische Schloss? Du brauchst ja die Karte. Hab ich die nicht? Äh, objektheil, objektheil, die Karte, pilutzen. Äh, hab ich doch, sag ich doch. So, ab ins Präzisionslabor. Hier sieht's aber sehr nett aus, so. Was knuspert denn hier so? Der Körper eines weiteren toten Jugendlichen wurde heute hereingebracht. Wie erwartet war es kein Einwohner von Edward City. Wenn dies wirklich stimmt, dann kann er nur mit den anderen aus einer anderen Zeit gekommen sein. Könnte so etwas möglich sein? In den letzten Monaten sind Jugendliche von 17 oder 18 Jahren aufgetaucht. Sie haben uns angegriffen. Es war keine Kommunikation mit diesen unbekannten Jugendlichen möglich. Heute werden wir einen ihrer Körper aus der Konservierungsflüssigkeit holen und eine Autopsie durchführen, um mehr herauszufinden. Das Resultat der Autopsie wird an Colonel Mason weitergeleitet, der in der dritten Energieeinrichtung stationiert ist. Ja, so einige haben wir auch. Allerdings lebt unsere noch. Und ist nicht in irgendeiner Salzlage. Du hast Startbatterie. Startbatterie. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmissionen bringt die Startbatterie zum Patrouillenschiff zurück. Okay, es hat sich noch etwas viel Geränder an. So. Kommt jetzt kein Gegner? Würdest du mich verarschen? Hm. Kommt wirklich keiner. So, dann gehen wir mal zurück und gucken mal, dass wir unser Blödschen wieder langsam bekommen. Aber es war doch so verwüstet, da... Glaube ich nicht, dass eine Batterie alleine reicht. Ja, ne? Wollte Gombo geschossen, Junge. Ja. Auf das Gesicht getreten. Nein. Diese kleinen, quirligen Drecksäcke. So. Oh, komm. Das ist elektronisch verriegelt. Aber ich habe doch die Karte. Oh Mann, muss ich das jetzt mal übers Menü machen? Ist ja doof. Also, Objekt, Objekt, Forschungseinrichtung benutzen, durchziehen, Spaß haben. Ach, geht doch. So, jetzt sind wir beim Eingang. Eingang. Tappel, tappel. Tappel, tappel. Tappel, tappel. Nein, schrei, schrei. Schrei, schrei ist gut. Tappel, tappel. Kein Tappel, tappel. Yeah. Ey, wie hast du das gedacht? Mistvieh. Genau reingeballert. Eigentlich bin ich... Erst in die Richtung drehen, Junge. Dann abdrücken. Eigentlich hätte der eine Schrotflintenhagel mit... Ey. Nebenbleiben, Freunde. Fliegenbleiben. Genau. Nein, 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 nein. Nein. Die machen nicht mal wenig Auer, wenn die einen erwischen. Weg. Auch weg. Weg. So, ich hoffe, dass ich jetzt ein... Nein, ich gehe aus der Tür raus. Ich hoffe, dass ich jetzt ein wenig Ruhe vor den Mistviechern habe. Und aufstehen. Reinballern. Können wir nämlich gleich mal diesen Safe Room und unsere Muni wieder abzuprobieren. Jetzt habe ich blöderweise den Bildschirm gewechselt. So. Also, ab in diesen Raum. Hallo? Tür. Hier. Hier. Ah, diese lieblichen Geschreie von den Mistviechern. Ja, ich muss mich an die Tastaturbelegung wieder ein klein wenig gewöhnen, was ihr unter Umständen gemerkt haben könntet. Also, Shop, Munition, nachladen. Äh, Munition, nachladen, nachladen. Genau. Einmal komplett. Bitte. Wir haben es doch. Das ist der Flammenwerfer und das andere ist relativ voll. Das ist okay. Äh, müssen wir irgendwas kaufen? Eine Zweitwaffel. Das ist irgendwie umschalten. Nö, kann ich nicht umschalten. Äh, Heilung, 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 Heilung. Habe ich eigentlich noch genug, oder? Extinction Punkte. Ah, ja. So, wir sehen jetzt mal die Gans hatten und speichern. Nicht. Ich denke, dass wir trotzdem durchkommen werden. Und fliezen mal ganz zügig zum Schiffchen zurück. Fliegen bleiben. Fliegen bleiben. Fliegen bleiben. Alles dort. Sehr schön. Ah, Mann, kommt halt gleich von 18 Richtungen. All dem Kacki-Viecher. Ja, genau das hat er ich an denen. Voll die Bruce Lee-Echsen hier. So. Alles dort. Sehr schön. Kann ich mir nicht gleich wieder mal Heilung reinballern hier. Heilung. Aber dies wird doch ein kleines reichen, oder? Ja, das reicht doch erstmal. Du, 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 du. Junge, bleibliegen. Hauptsache meine Munition verschwenden, ne? Das ist kaputt und so. Schön aus der Luft gefischt. Ja, für Conta gibt's noch extra Punkte. Und wenn man einen Bereich natürlich schadensfrei durchläuft, gibt's auch noch mal extra Punkte. Vielleicht wär das mit Speichern doch nicht so ne saublöde Idee gewesen. Junge, ich hab jetzt kein Bock auf dich. Geh weg. Einfach weggehen. Gibt's da 5000 Punkte, wenn man den fertig hat, aber das dauert ewig. Und er scheint ja anscheinend immer und immer wieder zu kommen. Noch irgendwas? Ich wäre zumindest nichts mehr. Drei Schuss brauchen die mittlerweile. Alter Finne. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf Le Karte gucken. Also, wir sind hier. Nein. Wir sind hier so. Das heißt, den Weg, den Weg. Beschlossen, aber da kommen wir doch durch, oder? Müssen wir da oben rum? Das wär jetzt aber ganz blöd, wer das ist. Ja, aber ich glaube, wir müssen wirklich oben rum, weil die blinken nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich eine nicht blinkende aufbekomme. Wollen wir es drauf ankommen lassen? Ja, komm, probieren wir's mal. Komm, ne, bloß ein paar kleine Raptoren sind's. Und wir sind jetzt nicht so wild. Oh, nein, Junge. Darf sich auch hinlegen. So, dann hier mal runter. Ich hoffe sehr, 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 dass wir durch diese Tür durchkommen. Sonst muss ich den ganzen Weg andersrum laufen. Zwei-Kumbo. Ah, von drei Richtungen, ne? Äh, zwei Richtungen. Jetzt dreh dich halt in die Richtung, Junge. Äh, gibt's hier zwei Wege? Alter! Was ist denn das für eine Aktion? Na, komm, ey! Ah, echt ein busy, busy, busy grob schwerfälliger Typ. Ein, äh, Mie-Magpack. So. So, bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg, sagen wir. Dann nehme ich mir eine Abzweigung drin. Nö, gibt keine Abzweigung. Dann bin ich wohl auf dem richtigen Weg. So, da lang. Ah, dass das sich so langsam dringt, ne? Ah, frisst das Echsen-Schorsch. Okay, also hier kommen wir schon mal durch. Dock, Hängebrücke. So, auf der Hängebrücke an sich ist erst mal Ruhe. Nein, da komme ich nicht durch. Fuh, 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 Fuh. Also ich muss diesen ewig langen, riesen Arschweg laufen. Ach, nö, jetzt. Na gut. Boah, das sind fünf oder sechs Bereiche, wo ich dann durch muss, wo es hier zwei gewesen sind, ne? Da war ja noch eine sogar ohne Gegner. Tippelt noch aus? Nee. Nicht um. Ah, ich hasse es. Blödes, hässliches. Hatte viel. Ey, ich lasse los und zack, dreh dich um. Und ihr macht es einfach nicht, ne? So, weg mit euch. Eine Scheiße. Ähm, Objektheilung. Das Minipack. Ja, danke und auf Wiedersehen. Na, da. Weiß ich in meinen eigenen Arsch. So, dann mal hier hinauf. Dschungel-Süd-Route 2. Aber Freunde, die sehen wir erst das nächste Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Servus. So, dann... Vielen Dank.